Die Busenshow von Kim Kardashian nimmt kein Ende. Ihre scheinbare Strategie, weniger ist mehr. Umso weniger Kleidung sie trägt, desto mehr medialen Wirbel gibt es um ihre Person. Dieses Jahr vertraut Kim ganz auf die Wirkung von oben ohne und erteilt ihren BHs zeitweise hitzefrei. Die It-Queen verzückt in New York mit einem super sexy Auftritt, knappe Camouflage-Shorts und ein schwarzes transparentes Top. Ihre Halbschwester Jenna wirkt neben der Society Lady in ihrem schulterfreien Sommerkleid beinahe bieder. Scheinbar muss dieser wieder etwas zurückschrauben, denn auch die 21-Jährige zeigt sich erst vor kurzem im durchsichtigen Oberteil ohne BH. Bei dieser Shopping-Tour allerdings zieht ihre ältere Schwester Kim alle Blicke auf sich. Die Mädels durchstreiften bei ihren Bummel durch die Straßen der Shopping-Metropole Manhattans nicht nur Luxus-Boutiquen, sondern wurden auch in günstigen Second-Hand-Läden gesichtet. Vielleicht hat sich Kim ja einen passenden BH zugelegt.